die sind mitten im wasser irgendwo das hatte ich aber schon mal und dann sind wir gucken gegangen fünf minuten später an dem wasser und beide bauten ist gedroppt wurde der will auf den sport verloren aber beide hatten das war sogar ein runninggrund mit dann haben den einfach aus dem wasser gefischt das war lustig kann aber sein dass da noch ein anderer auf die sind jetzt im süden ich sehe den da unten das war ein headshot aber er liegt noch zu große distanz der sitzt da unten hinter der wurzel bei 210 der andere ist im sniper tower oben der auf der insel geh auf den auf der insel pass auf der vom sniper kann man sieht wir konnten wahrscheinlich nicht weiter bringen bringen aber die müssen trotzdem sterben ja der ist da unten beim haus ist der winnie ball roten zweimal getroffen also einer von bauten die typen leben noch ein zweifel dann dann ja 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 Ich habe einen Mann gekehlt in der Ich habe einen Mann gekehlt in der ich bin ein Mann gekehlt. ja die baumties hauen ab inzwischen, ja egal Wasser da war auch noch einer aber der rote war schon zweimal tot dynamit nice sein mate ist auch bei der Leiche jetzt ha hitmarker geil sehr schön ja ja und jetzt von uns deswegen die baumties inzwischen weil die zwei roten da reingeschießen haben der Andy ernsthaft zum Extraction Point runter? Ne ich bin kein Tier 3 Hander, ich kann mich nicht verstecken hier da sind sie 180 der erste ist tot der andere ist vor mir irgendwo 495 weiß ich wie weit weg ungefähr? er wirft ein Dynamit nicht allzu weit, irgendwo vorne am Wald zwischen uns oder was? ja wissen wir es hüten wir auch nicht wo genau kann ich auch nicht sagen er wirft schon wieder was? oder wisst du nicht? das bin ich der ist bei mir hab ihn ja der andere liegt hier bei mir warte ich kann erstmal deinen ruten wuuh lustig aber was denn die Randy's kriegen wir easy weg aber wenns doch mal zählt dann gehts wenn wär das aber eben ja hier ist seine Ruck direkt gehetched ich war hier vorne im Begusch aber ich musste schießen weil sonst hätte der mit früher oder später gesehen mit meinem Mr. McWhiteshirt hier ja das stimmt war da unten irgendwo Heilung? bäh ich hab mich gar nicht geachtet ich wollte gleich nach Muni umgucken und dann wir schon direkt hier gehöten Segel das umgangen aber wir müssen jetzt jetzt ein bisschen neben uns gehen häh? weil mein Sparksschuss ist wohl kaum unbemerkt geblieben und wir werden wahrscheinlich für den neuerlichen Extraction rennen gleich weil mein Sparksschuss ist wohl kaum unbemerkt geblieben es ist noch nicht weit aus wir könnten hier die guten autobahn was aber noch gut ich weiß nicht ob die regierung ist aber wenn sie versuchen dann das aufschneiden und bis jetzt tun sie gar nichts sehen können wir uns nicht auf die entfernung die schüsse ganz bestimmt und da würde ich davon ausgehen dass sie wahrscheinlich gegen norden laufen bist du gerade gesprungen? ne das war ich nicht da ist ne Humber direkt neben mir lol was war denn das jetzt gerade wieder? auch geil er springt einfach hier hinten die mauer runter und läuft zwei meter an mir vorbei die stehen immer noch da rum also heute haben die echt komische absolut aber der hat auch 100 meter irgendwie ein bisschen weiter du hast nichts zum abfacken oder? leider nicht ne ich kann ja oben mal gucken warte 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 die kommen glaube ich südlich die kommen südlich ist die dumm? ja die rennen ganz südlich die rennen ganz südlich aber ich hab ja pass aber auf keine ahnung was der typ gerade ist also ich weiß ja nicht das war immer gerade echt komisch ich dachte noch so du hast den song veranstaltet ey oder hier oben im fenster hast du den gesehen? naja der stand da bei da hat es ihn gut und revivet scheiss mal dabei der kliessen im scheiß wieder rufen da sind krähen rechts ich bleib mal oben ja mal rossen natürlich trägt man Der andere ist auf der Treppe gerade gewesen. Er ist oben an der Lücke. Jetzt hat er seinen eigenen Maid abgefackelt, der Idiot. Er hat auf einen Barrel geschossen, jetzt brennt er. Der ist hier bei mir vor Treppe. Down. Nice. Der Idiot hat seinen eigenen Maid angezündet über das Barrel. Mhm. Sag mal, die spawnen irgendwann die Bolts? ja weil ich habe den angeschlossen aber nicht getroffen das heißt er lag hier auf der treppe irgendwo den spieler vorhin da kommen welche 150 das sind unsere freunde er sieht sich der eine hinterm baum der weiß hat ein hit der weiß hat ein sparket Der Schwarz hat nen Hit Ich flank mal Biss Ich glaub die haben das gleiche vor Biss 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 Biss